Im Rahmen des internationalen Springturniers, dem CSI Klein-Roschaden, fand die 16. ESI-Fohlen-Auktion statt. Wir haben dieses Jahr 22 Nationen am Start. Erstmalig Gäste aus Katar, aus Brasilien, Neuseeland. Für so ein CSI zwei Sterne mit über 20 Nationen ist das schon eine tolle Sache. Wir hatten vier Ausfälle, also 87 Fohlen, die gestern zur Versteigerung gekommen sind. Wir hatten ein Spitzenergebnis erzielt. Alle sind sehr gut zufrieden. Käufer, Züchter und wir natürlich auch als Veranstaltung. Zuchthof Glatte. Ein Ort an dem Sport und Zucht Hand in Hand gestaltet wird. V-Kampagne Kach V-Kampagne G-Uss V-Kampagne